So, wunderschönen guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zum morgendlichen Schnell-Update hier auf meinem Kanal. Bei mir bekommst du meine aktuelle Prognose, Analysen und Trading-Setups für die nächsten Stunden, für den heutigen Tag. Wir schauen uns gemeinsam an, was ist wichtig, was muss gebrochen werden, was muss gehalten werden. Ihr habt schon im Thumbnail gelesen, die I-Coins sind gerade dabei nach oben auszubrechen, wie im gestrigen Update-Video gesagt und das schauen wir uns gleich an. Zunächst fangen wir mit Bitcoin an, ganz schnell. Der Markt hat hier Schwierigkeiten, über die 44.000 US-Dollar drüber zu gehen. Wir sind hier auf dem Tagestimeframe, ist vollkommen normal. Ich habe es euch gesagt, dieser Bereich hier, dieser Orderblock, was wir hier hinten hatten. Ihr seht es hier, das war dieser Orderblock, bevor wir den massiven Abverkauf gehabt haben im März letzten Jahres. Wir haben da Schwierigkeiten, drüber zu gehen, aber hier liegt auch viel Liquidität. Das heißt, der Markt wird sich wahrscheinlich dieses Top-Loss, wo wir hier Short gegangen sind, wird sich der Markt holen. Ich gehe davon aus, wenn dann alle hier Bullish sind, weil das ist ja auch nach Chart-Pattern-Trader, das ist ein riesiger Widerstand. Der Markt geht hier drüber, alle gehen gehebelt long rein und der Markt geht dann auf die 50.000, knapp 51.000 US-Dollar und dann klicken wir die große Korrektur. Das ist das, was ich mir gut vorstellen kann. Natürlich können wir hier auch aus diesem Orderblock erstmal abgewiesen werden und eine Korrektur einleiten in dem Bereich von 34.000 bis 28.600 US-Dollar. Schauen wir mal, auf jeden Fall, das gilt es zu brechen. Dann ist der Weg frei nach oben zu den 50.000, aber da erwarte ich mir spätestens da in dem Bereich von 50.000 bis 57.000 US-Dollar eine größere Korrektur und zwar eine massive Korrektur. Also, schauen wir mal, weil hier liegt auch noch dieses Hai, genau im Zielbereich hier oben. Auch massig Liquidität, ich brauche dafür keine Hitmap oder irgendwas. Ich habe schon zigmal hier auf meinem Kanal gesagt, man sieht anhand des Chartes, wo Liquidität liegt. Man braucht keine Hitmap. Also, das ist zu Bitcoin, Ethereum genau das gleiche, er bewegt sich Richtung 3.000 US-Dollar und auch hier im Zielbereich liegt, wie ihr schon sehen könnt, genau dieser Orderblock hier, bevor wir diesen massiven Abverkauf gesehen haben, auch bei Ethereum letztes Jahr im März, April. Genau im Ziellevel, ähnliches Szenario wie bei Bitcoin, nur bei Bitcoin sind wir halt schon deutlich höher. Schauen wir mal, aber auch bei Ethereum, denke ich eher, dieser Bereich hier von 3.200 bis 3.400 US-Dollar wird für uns Keylevel sein, wo wir danach die große Korrektur sehen könnten. Merken wir uns einfach vor, so, gehen wir jetzt in Altcoins, auch hier, jetzt, wie gestern gesagt, Cardano, erstes Beispiel, ist auf dem Weg nach oben Richtung C-Level, er versucht gerade hier den Ausbruch. Wir sollten da hier drüber gehen, über die 45,5 US-Dollar Cent und dann ist der Weg frei Richtung C-Level, das liegt immer noch bei 49 Cent bis hoch zu 55, knapp 56 US-Dollar Cent. Sieht alles in allem gut aus. Arbitrum, genau wie ich es gestern gesagt habe, der Markt war gestern hier im Update bei 1,06 US-Dollar, jetzt haben wir hier, oder sind gerade dabei, hier auszubrechen nach oben. Dieses High haben wir schon rausgenommen, dieses High sind wir gerade dabei rauszunehmen, sieht sehr gut aus. Wenn wir die 1,11 US-Dollar rausnehmen, also 1,11,25 US-Dollar, dann sieht das für mich in meinen Augen gut aus, dass wir hier Richtung C-Level sind. Von meiner blauen Sequenz hier, wo sich auch Stand jetzt schön ausspielen könnte, Richtung 1,21 US-Dollar bis hoch zu 1,26 US-Dollar, sieht alles in allem gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, wie gesagt, Ausbruch-Erfolg oder Ausbruch-Versuch erfolgt gerade. Aave tut sich noch etwas schwerer. Wie gesagt, das gefällt mir halt nicht, was der hier gemacht hat, dass er hier so tief gehen musste. Kann immer noch sein, dass wir noch tiefer gehen müssen und hier in diese weiße Box reinstechen, von hier aus nach oben durchziehen. Stand jetzt, probiert auch Aave den Ausbruch nach oben, dafür müssen wir hier dieses High rausnehmen bei 98, 99 Dollar müssen wir rausnehmen, dann die 100,5 US-Dollar und dann denke ich, wenn wir die rausnehmen, ist der Weg frei nach oben Richtung C-Level. Auch bei Aave schon seit Wochen auf meinem Chart drin, Ziel-Level 116 bis 132 US-Dollar, wobei ich eher denke, dass wir in dem Bereich von 125 bis 135 US-Dollar hochgehen könnten. Ob der Markt das macht, weiß ich nicht. Ich gehe aber stark davon aus, aber wie gesagt, dafür müssen wir das hier erstmal rausnehmen. Wir sind nach wie vor im Kaufbereich. Man kann hier immer noch eine Long-Order hinterlegen, wenn man will. Ich habe meine Long-Order bei 94,3 US-Dollar. Sollte den Markt ohne mich abfahren, ist es halt so, Pech gehabt. Ich renne den Markt nicht hinterher. Ich habe ein klares Trade-Setup, eine klare Vorstellung und dann der ändere ich auch nichts. Egal was passiert. Dogecoin, unser Freund, hier auf dem 4 Stunden Time Frame. Hat hier Ziel-Level erreicht, übergeordnet. Diese große, große bullische Sequenz. Jetzt ist eine Korrektur möglich und ich habe auch dafür schon ein Szenario parat. Und zwar mit diesem Abverkauf hier, könnte sich das hier ungefähr so ausspielen, dass wir das hier sehen. So, nochmal hochgehen auf die 10,1 Cent ungefähr. Ja, oder halt in diesen Order-Block auf jeden Fall. Das wäre nämlich genau, wenn man es jetzt so sieht. Dieser Bereich von 10 Cent bis hoch zu 10,3 US-Dollar Cent. Also sagen wir mal, wir gehen jetzt hier nur auf die 10 Cent hoch und dann kriegen wir die Rejection nach unten. Dann würden wir hier so ein Szenario ungefähr ausspielen, dass wir das hier sehen könnten. Ja. Nicht, dass wir es müssen, aber sowas ungefähr, dass wir dann hier auch in die übergeordnete bullische Trendwendebox runtergehen. Die liegt nach wie vor bei 8 Cent bis runter zu 7 Cent. Dieses Szenario könnte sich so ausspielen. Shorten tue ich den Markt, aber nicht. Nicht, ja, ganz wichtig, dass hier ist nur ein mögliches Szenario. Dafür brauche ich auch erstmal eine Bestätigung. Davor ist es nur eine Theorie, ja, eine Verschwörungstheorie von mir aus, wenn ihr es nicht so nennen wollt. Schauen wir mal, ob hier in diesem Bereich der Abverkauf erfolgt. Könnte durchaus sein, aber wie gesagt, ich schaute es nicht. Ist mir einfach viel zu hohes Risiko in einem Markt, der allgemein sehr bullish ist. Litecoin, auch hier der Versuch nach oben auszubrechen jetzt. Auf dieser Range sollten wir die 75 US-Dollar rausnehmen. Geht stark davon aus, dass wir hier Richtung C-Level unterwegs sind. Nach wie vor C-Level 79 bis 82 US-Dollar übergeordnet. 83 bis 89 US-Dollar. Da ich gehe, stand jetzt, sollten wir jetzt hier den Ausbruch bekommen. Stand jetzt davon aus, dass wir uns hier in dieser Region wiederfinden. Und von hier aus dann eine Korrektur sehen könnten werden. Eine größere Korrektur, weil dann hätten wir hier übergeordnet auf dem 4-Stunden-Timeframe. Diese große grüne Sequenz gefinisht. Größere Korrektur ist danach wahrscheinlich. Müssen wir uns anschauen. Wobei wir hier auch ein Szenario ähnlich haben wie bei Bitcoin. Wir könnten auch hier eine größere Sequenz dadurch eröffnen. Und zwar das hier. Die hätte dann C-Level tatsächlich bei 100 bis 108 US-Dollar. Und wir würden dann hier keine so große Korrektur sehen. Aber bis dahin ist noch Zeit. Ich lasse mal diese mögliche Sequenz mal hier drin für euch. Schauen wir uns die dann in den nächsten Wochen an. Aber stand jetzt für den heutigen Tag wichtig. 75 US-Dollar, dann ist der Weg frei Richtung C-Level hier oben. Über 80 US-Dollar auf jeden Fall. Matic auch. Hat noch ein bisschen hier nach oben zu gehen bis ins C-Level. Und danach erwarte ich mir auch bei Matic eine Korrektur übergeordnet. Das sind wir auch bei Matic. In einem großen Konstrukt. Aber dafür reicht mir die Power noch nicht so wie es aussieht. Dass wir hier die 98 US-Dollar Cent rausnehmen. Deswegen hier hoch gehen. Ins C-Level. 85 bis 88 US-Dollar. Eine kleinere Korrektur. Und dann von hier aus weiter nach oben den Push versuchen. Dass wir Richtung 1 US-Dollar hochlaufen. Schauen wir mal wie es sich jetzt ausspielt. Aber für den heutigen Tag. Gehe ich davon aus, dass wir hier die 85 US-Dollar anlaufen. Bis 88 US-Dollar. Und dann von hier aus eine kleinere Korrektur sehen könnten. Auch hier shorte ich den Markt nicht. Ich shorte jetzt absolut gar keinen Markt. Solange ich davon ausgehe, dass Bitcoin auf 50.000 hoch geht. Wenn Bitcoin Anzeichen macht, zu korrigieren auf die 33, 34, 35.000 US-Dollar. Dann sieht es anders aus. Aber Stand jetzt, nein. Quente tut sich schwer, hier hoch zu gehen ins C-Level. Wir sind jetzt wieder kurz davor gescheitert. Der Markt ist auf fast 114 US-Dollar hoch. C-Level liegt bei 114,87. Mein Take-Profit liegt bei 115 US-Dollar. Schauen wir mal, ob sich der Markt das noch holt. Aber wir sind hier auch ganz klar. Stand jetzt immer noch in einem Aufwärtstrend. Wenn wir uns das hier anschauen. Ja. Aufwärtstrend, higher highs, higher lows. Führt alles in diese Richtung. Schauen wir mal, ob sich das hier aushält. Könnte man auch so einzeichnen, nehmen wir die ganzen Wix mit. So. Wenn wir uns hier hoch angeln. Das ist typisch für eine Sequenz, die kurz vor Finish ist. Dass wir uns hier so hoch kämpfen. Danach erwarte ich auch hier eine Korrektur bei QVENTE. Keine große, weil übergeordnet sind wir auch hier bei QVENTE in einer großen, bullischen Sequenz. Also ich würde mir wünschen, dass der Markt hier auf die 120 drüber geht. Ungefähr 120, 125 US-Dollar und dann von hier aus erst eine Korrektur einleitet in ein BC-Korrektur-Level der gelben Sequenz. Ich will nicht, dass der Markt jetzt hier schon schwächelt. Das sieht dann nicht so gut aus, übergeordnet ist für mich. Ein Push nach oben, 120, 125 US-Dollar wäre für mich erstrebenswert. Eine Überextension von dieser weißen internen Sequenz. Schauen wir mal, ob sich das so ausspielt. IOTA setzt nach wie vor zur Korrektur an, nach diesem massiven Push nach oben. Auch hier bei IOTA Ziel-Level. Nach wie vor habe ich auch gestern eine Telegram-Gruppe in der kostenlosen Joint gerne. Die Telegram-Gruppe, Link ist unter dem Video verlinkt. Bei IOTA, auch hier ganz klar, ich bin bei 25 US-Dollar-Cent bis runter zu 21 US-Dollar-Cent long eingestimmt. Auch bei IOTA haben wir sogar eine bestätigte Bearish-Sequenz, die uns genau dahin bringen könnte. Zeichne ich euch auch ein. Und zwar ist es das hier. So, und ihr seht es hier, wir hätten hier den Überschneidungsbereich bei genau 25 Cent, 25,1 Cent. So. Das können wir alles rausnehmen, interessiert uns nicht mehr. Also, so sieht es, stand jetzt bei IOTA aus, für die ganzen Leute, wo hier den FOMO-Zug verpasst haben. Ich, ganz klar, bin hier long positioniert in diesem Bereich. Für den heutigen Tag wäre dieses Level interessant für uns zu beobachten. Auch hier, wie gesagt, ich shorte den Markt nicht, auch wenn wir hier eine bestätigte Sequenz haben. BC-Korrektur-Level von dieser Abwärtsbewegung liegt, stand jetzt bei 32,8 US-Dollar-Cent bis hoch zu 34,2 US-Dollar-Cent. Das können wir beobachten für den heutigen Tag, ob wir dann das hier sehen. Push nach oben mit einem anderen Altcoins zusammen, dann von hier aus das hier sehen. So, noch Solana und XRP. Solana, hier wie schon seit Tagen und Wochen gesagt, dieser Bereich hier, solange wir diesen Bereich halten, dieses Bearish hier, ist eine Korrektur jederzeit möglich. Würde auch wunderschön passen mit dem C-Level. Oder mit, das C-Level würde passen, perfekt passen im Bescheidungsbereich mit dem Bullischen Trendwende-Bereich. Diese liegt immer noch bei 38 bis 28 US-Dollar, sollten wir hier kein neues High generieren. Schauen wir mal, ob wir hier ein neues High haben. Ja, zieht sich etwas nach oben, aber ändert nichts dran. Trotzdem, C-Level hier, mögliches Szenario, auch hier shorte ich den Markt nicht. Nicht, ja, aber solange wir uns hier in dieser orangenen Box aufhalten, ist eine Korrektur möglich. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, es ist möglich. In einem Bullischen Markt von höchstwahrscheinlich zu reden, finde ich fahrlässig. Auch XRP ist der letzte Altcoin, wo wir es durchnehmen. Versucht hier den Ausbruch nach oben. Wir müssen die 64,4 US-Dollar rausnehmen, dass wir dann sagen können, okay, wir sind hier bullish unterwegs, aber wie gesagt, mir gefällt einfach der Markt nicht. Sieht einfach nicht schön aus. Aber, sollten wir hier die rausnehmen, könnten wir tatsächlich eine riesengroße Sequenz später ausführen. Ich habe es doch schon mal gesagt, die hätte C-Level hier bei 1,10$ knapp, bis 1,20$. Nach und nach, aber wie gesagt, hier erstmal die 64,4 US-Dollar rausnehmen. Dann, wichtig, die 65,5 US-Dollar und dann nach und nach probieren wir. Stand jetzt, probiert der Markt gerade diesen Ausbruch, wie gesagt. Und, ja, ich würde sagen, das war es mit dem Update-Video. Und, wenn dir dieser Content gefällt, dann lass dir gerne ein kostenloses Abo, ein Kommentar, ein Like. Würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Und wir sehen uns heute Abend zum nächsten Update-Video. Euer Joe, macht es gut. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Vielen Dank.